Okay, gehen wir mal hier drauf. Na, nochmal. So, jetzt können wir hier drauf. Dann springen wir hier mal in die Mitte. So, dann springen wir hier nochmal drauf. Und dann springen wir mal hier drauf. Okay, hier tut sich nichts. So. So, und nun? Jetzt fahr ich gleich wieder Party. Und jetzt kann ich wieder nichts mehr machen. So, jetzt geh ich mal an den Hebel hier. Okay. Ob wir jetzt hier unten irgendwas machen können. Vielleicht müssen wir das hier hinten ja irgendwie wieder ganz machen. So, wir wackeln mal hier her. Das war mir klar, das dreht sich ja nicht. Jo, wie bekommen wir das jetzt wieder ganz? Kann man das drehen? Ja. Pau. Scheiße. Kacke. Kacke. Ich hatte doch gar keinen Stein. Weib. Du hast doch gar keinen Stein, Mensch. Kann man hier mit Steinen rumschießen? Ist auch nicht verkehrt. Toll. Das hat es ja jetzt überhaupt nicht gebracht. Gott sei Dank gibt es hier so unendlich viele Steine. Na, das hat auch nichts gebracht. Ich muss mal schauen, von welcher Seite man am besten schießt. Ha. Ich will die Olle Wachtel da runter schießen. Ha, 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 ha. Ha. Olle Kaka Maus. So, aber wie kriegen wir das jetzt hier zum Laufen? Jetzt ist die Olle Wachtel schon mal weggeflogen. Laufen wir mal hier her und schauen, dass wir das jetzt hier rausbringen. Das Hütchen muss ja hier raus. So. Die Kaka Maus ist weg. Die Kaka Maus ist weg. So. So. Wir füllen mal hier drauf. Okay. Das drehen wir mal. So. Aha. Ha, 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 ha. So. Das drehen wir weiter. So. So. Jetzt können wir hier rüber. Aber wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Müssen wir das hier noch rüber machen? Na, komm, noch ein Stück. Okay. Und das andere muss auch noch ein Stück rüber. Okay. Das bewegt sich jetzt auch schon mal. Okay. Okay. Können wir denn jetzt hier rüber gehen? Was können wir denn jetzt machen? Ach, nö. Hm. Das ist jetzt doof. Kann man jetzt hier drauf gehen? Kann man da keinen Stein drauf legen? Nee. Geht nicht. Das geht nicht. Wie komme ich denn hier drauf jetzt? Aha. Springen. Springen. So, irgendwie müssen wir jetzt hier rüberkommen. Scheiße. Das funzt so nicht. Okay. Dann wieder hier rüber. Okay, dann machen wir mal... Stopp hier. Okay. Und dann probieren wir es jetzt nochmal. Okay, komm. Na, aber irgendwie funzt das nicht so, wie ich das will. Okay, wir gehen wieder runter. Müssen jetzt im Endeffekt schauen, dass wir das hier zum Stoppen bringen. Okay. Dann machen wir das Ganze so. So. Das drehen wir mal. Ach nee, dat war's falsche. Dat war's falsche. So. Okay. Dann so hoch. So, dann drehen wir mal das hier ein bisschen weiter rüber. Okay. Und das hier hinten. Nee, noch ein Stück. Noch ein Stück. Und noch ein Stück. So, und jetzt probieren wir nochmal, ob das Ganze jetzt funzt, so wie ich mir das vorstelle. Probieren wir's einfach mal. Denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So. Wir müssen immer noch die blöde Kack am Haus finden. Na, ich merke schon, dass von uns hier klappt's. Aber hier... Hier ist es wieder zu lahm. Okay. Dann machen wir mal Stopp. Dann müssen wir das hier einfach noch ein Stück rummachen jetzt. Nochmal. So. Jetzt drehen wir das hier nochmal. So. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Ob meine Logik hier auch wirklich richtig ist. So. Jetzt gehen wir mal drauf. So. Jetzt haben wir hier. So. Das dürfte klappen. So. Das dürfte auch klappen. Ja, einwandfrei. Supi. Meine Logik hat geklappt. Das sagt mal einer, Frauen können nicht logisch denken. So. Jetzt geht's gleich auf den anderen. Und schwupp. So. Müssen wir noch eine Runde Karussell fahren hier. Ist aber auch nicht schlimm. Und hopps. Haha. Und hier sind wir. Tada. Ja, da ist die Kackamaus. Blöde Kackamaus. Blöde, blöde Kackamaus. Ach, da hängt er fest. Er steckt fest. Nein. So. So, dann wackeln wir mal hier her. So. Jetzt müssen wir hier rüber. Und nur. So, hier in die Mitte. Ach, da oben ist die Kackamaus. Du, die Kackamaus, komm runter. Hallo. Ich brauch das hier. So, was will ich jetzt im Wasser? Kann ich jetzt hier rüber schwimmen, oder was muss ich jetzt machen? Hm. Ah, das rutscht Stück für Stück nach unten. Nee, das bringt nix. Müssen wir mit der. Nee. Probieren wir es nochmal mit der. Ah, jetzt rutscht sie noch ein Stück runter. Komm schon, einmal noch. Yay. Nein. Na, hallo. Nein. Nein. Ist die Brille da runtergefallen? So eine Scheiße aber auch. So, jetzt machen wir mal die hier. Ich bin so, einmal die hier. Ich bin so, einmal die hier. Ich bin so, einmal die hier. Hä? Hm. Was muss ich denn jetzt machen? Um Himmels Willen. Hm. Und nu? Hm. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Kann ich hier vielleicht rumschwimmen? Ja, keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt einfach die Glocken läutern lassen. Schwimm, kleine Lilly, schwimm. Schwimm, 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 schwimm. Ui, noch mehr Glocken.